Willkommen, abonnieren Sie den Kanal, um die schnellsten Nachrichten des Tages zu erhalten. Ist Pietro Lumbagi wieder verliebt? In einem Interview packt er jetzt über sein Liebesleben aus. Hinter Pietro Lumbagi liegt ein turbulentes Jahr. Zum ersten Mal saß er in der Jury von DSDS. Im Herbst verguckte er sich in Lafisland-Kandidatin Melissa. Zwar trafen sich die beiden nach der Show ein paar Mal, doch ein paar wurde aus den beiden nicht. Ich habe mir meine Gedanken gemacht, ob ich bereit bin für eine Beziehung. Es war wirklich ein Chaos bei mir und dann habe ich Melissa gestern gesagt, dass ich momentan nicht bereit bin, erklärte der Sänger. Hat sich das mittlerweile geändert? Die Liebe macht momentan gar nichts. Die Liebe ist entspannt, hat keine Eile und alles andere, was passiert, steht in den Sternen, verrät Pietro jetzt im Interview mit RTL. Natürlich stehe ich in der Öffentlichkeit, es wird viel gemunkelt, aber ich lasse mich da nicht aus der Bahn bringen. Jeder weiß, dass ich ein Beziehungsmensch bin, aber ich erzwinge keine Beziehung, sonst hätte ich schon fünf haben können. Bis Pietro seine Traumfrau gefunden hat, will er sich voll und ganz auf seine Karriere konzentrieren. Ich release noch einen neuen Song, ja, 2019 wird noch was passieren, aber etwas ruhiger und 2020 geht es dann auf Tournee, DSDS startet und es gibt wieder richtig viel Action, kündigt er an. Die Fans wird diese Nachricht sicherlich freuen. Vielen Dank, dass Sie uns folgen. Vielen Dank, dass Sie uns folgen.